Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine liebte Community. In dem heutigen Video geht es mal darum, dass ihr jetzt schon mal vorab gucken könnt, welche Items sind denn nun für euch persönlich mit eurer Klasse und eurem Speck best im Slot. Und natürlich gehen wir hier mal so ein bisschen ganz kurz drauf ein, auf was solltet ihr natürlich im Laufe der Season und natürlich allgemein immer auch wieder achten. Beide Links zu beiden Seiten, die ich euch hier gerade gleich empfehlen werde. Packe ich unten in die Videobeschreibung rein, einmal draufklicken, dann kommt ihr auch zu diesen gewünschten Artikeln. Nun, fangen wir einmal direkt hier an mit der Seite Wowhead. Da gibt es nämlich eine wunderbare Seite und einen wunderbaren Artikel zu. Der nennt sich Find Your Best im Slot for Season 2. Da sind wir jetzt quasi einmal direkt hier auf der Hauptstartseite angekommen. Dort befinden sich nun einmal alle Klassen und alle Specks. Das einzige, was ihr jetzt nun mal machen müsst, ist halt auf die jeweilige Klasse und den jeweiligen Speck klicken. Sagen wir jetzt mal, wir wollen hier als Beispiel, wir sind Waffenkrieger, also Armsory, klicken wir einmal drauf. Scrollen ein kleines bisschen runter, dann haben wir hier auf der rechten Seite direkt das Gear. Einmal ganz kurz draufklicken. Nun scrollen wir einmal hier runter und sehen jetzt hier nun die Items. Einmal für den Raid und natürlich einmal als Alternative natürlich für Mythic Plus Content. Falls sich vielleicht jemand sagt, okay, ich gehe gar nicht wirklich aktiv raiden, ich bin eher der Plus-Spieler, dann haben wir hier auch nochmal eine Tabelle für den Mythic Plus Content. Nun können wir jetzt hier quasi einmal auch ein bisschen drauf gehen. Dann sehen wir hier zum Beispiel, die Halskette ist eine Gegenstandsstufe von 471 natürlich aus dem Mythic Rate. Hier wird auch so ein bisschen die Alternativen sozusagen schon mal angezeigt, die wir nehmen können, wenn wir ein bestimmtes Item entweder gar nicht bekommen oder vielleicht auch noch gar nicht schon mal haben. Ja, das sehen wir alles hier. Die Gegenstandsstufen, wir jetzt als Beispiel hier seht, wenn wir jetzt hier oben zum Beispiel jetzt einfach mal die Schulter nehmen, sind 4,41. Das ist natürlich nicht unbedingt das Max-Level, muss man sagen. Denn ab dem 14.06. startet hier natürlich auch wieder der Katalysator. Das heißt, ihr könnt dann Items, die ihr zum Beispiel aus der Vault bekommt, die dann in einer Gegenstandsstufe von maximal 4,47 haben können. Insofern ihr einen 20er Schlüsselstein abgeschlossen habt, natürlich auch wieder in ein T-Set umwandeln. Das heißt, hier können wir das Ganze noch mal ein bisschen erhöhen. Weiterhin sind natürlich bestimmte Sachen auch hier immer mit Vorsicht zu genießen. Wir haben jetzt hier unten zum Beispiel zwei Schmuckstücke, die, wenn es um den Raid-Content geht, einfach die stärksten sind, die es dann laut den letzten PTR-Tests gibt. Nachteil ist natürlich immer, Blizzard arbeitet natürlich immer weiter und bleibt natürlich nicht stehen. Das heißt, ein Item, was jetzt, vielleicht gerade jetzt oder nächste Woche, wenn die Season startet, vielleicht noch wirklich das Non-Plus-Ultra ist, kann eine Woche später, nach dem Release sozusagen, totgenirbt sein und ist nicht mal das beste Item, was es einfach gibt. Das gleiche betrifft, wie gesagt, den Raid-Content, betrifft aber auch alternativ natürlich trotz auch dem Mythic-Plus-Content. Daher sollte man das Ganze immer mit Vorsicht genießen. Man hat jetzt natürlich schon mal vorab so ein bisschen den Blick, okay, welche Bosse sind denn schon mal so Pi mal Daumen, für mich interessant. Wo sollte ich was grinden und welche Alternativmöglichkeiten habe ich, sofern Alternativmöglichkeiten angegeben sind. Das ist erst mal das Erste. Nun haben wir aber eine weitere Seite, die uns da noch ein bisschen mehr Aufschluss nämlich gibt. Da haben wir nämlich diese nette Seite hier, Subscription.net. Die ist jetzt natürlich noch zum aktuellen Zeitpunkt auf Season 1 und auf dem alten Raid, weil der neue Raid natürlich und die neue Season noch nicht gestartet sind. Wenn ihr die neue Season startet, dann würde ich euch diese Seite hier auf jeden Fall natürlich auch immer mal empfehlen, dort mal einen Blick reinzuwerfen. Dann gehen wir hier nämlich einfach auf Mythic-Plus-Season-2 drauf. Nun habt ihr hier oben einmal Tanks, Heiler, Nahkämpfer und Fernkämpfer. Nun braucht ihr nicht mehr machen, außer zu sagen, okay, ich bin Arm-Zoey. Dann klickt ihr einmal hier drauf. Jetzt habt ihr einmal natürlich alle Talente, die die jeweiligen Leute spielen. Das wird dann auch wieder aktualisiert. Heißt, ihr könnt dann spezifisch sogar hier mal durchklicken für die jeweiligen Dungeons und habt dann hier die Möglichkeit, per Copy einmal draufzuklicken und könnt euch dann sogar die Skillung direkt bei euch selber importieren, um sie dann von den Leuten zu übernehmen. So, dann habt ihr jetzt aber hier die Möglichkeit, ihr könnt dann nämlich runtergehen und könnt dann zum Beispiel sehen, welche gecrafteten Items tragen denn nun die Spieler. Als Beispiel jetzt für Season 1 sehen wir beim Waffenkrieger, 97% der Leute haben einfach die Elementar-Halskette angehabt. Weitere 46% der Spieler und Spielerinnen haben zum Beispiel die Handgelenke getragen. Welche Kombinationen waren die besten? Könntet ihr dann, könnt ihr hier dann zum Beispiel im späteren Verlauf, wenn die Season ein bisschen angelaufen ist, ich werde da schon mal so zwei Wochen auch Zeit geben. Die Leute müssen ja fahren, die Items müssen erstmal so ein bisschen droppen. Die Liste muss natürlich dementsprechend auch angepasst werden. Dann könnt ihr hier runtergehen, welche Sockel werden getragen und habt da sogar die nächste gute Möglichkeit. Auch nochmal, dass ihr sehen könnt, welche Set-Teile werden getragen. Also hier zum Beispiel die meiste Kombination so zwischen 27% und sogar 26%. Haben wir hier oben sind Brust, Handschuh, Kopf und Schultern oder halt Hände, Kopf, Hose und Schultern. Ja, da habt ihr dann so ein bisschen die Möglichkeit sogar, okay, in welche Richtung sollte ich meine T-Set-Teile farmen und welches Set-Item sozusagen sollte ich zum Beispiel gar nicht anlegen, weil es vielleicht einen Non-Set-Teile gibt, was einfach bessere Stats mir persönlich einfach bringt. Dann könnt ihr hier runtergehen, habt hier Rückenverzauberung, Brustverzauberung, Handgelenke. Na, könnt nochmal alle Verzauberungen nachsehen. Habt dann hier auch noch einmal die Möglichkeit zu gucken, welche Waffen tragen denn nun die meisten Spieler. Dann sehen wir hier oben 28% der Leute, die jetzt hier zum Beispiel drin waren, haben hier immer noch die gecraftete Waffe. Ne, hier könnt ihr sehen, dann auch im späteren Verlauf zum Beispiel sehen, welche Schmuckstückkombinationen sind denn nun bei den meisten Spielern genutzt worden. Und das ist ja ziemlich dann das Interessante, weil hier wird das Ganze dann halt stückweise immer auch mal wieder angepasst. Ne, es wird dann halt ausgelesen, dann wird halt geguckt, okay, die Puzzlebox ist immer sehr stark gewesen, die war fast immer mit dabei. Okay, die Inka ist jetzt hier mit oben. Ne, dann hat man auch mal eine Zeit gehabt, da war dann zum Beispiel zwar die Puzzlebox oben, aber dann war zum Beispiel der Knochen hier aus am Schattenmond-Grabstätte mal weiter mit oben. Na, und das passt sich halt immer an, aber hier könnt ihr halt direkt schon mal so einen Blick immer dann drauf werfen und da dann sehen, okay, welche Schmuckstückkombinationen sind aktuell einfach die richtigen für mich. Ne, dann seht ihr auch hier nochmal welche Halsketten, welche Helme, hier die einzelnen Schulterstücke natürlich nochmal, den Rücken einzeln, die Brustplatten, also alles, wie ihr hier seht, wenn wir hier runterscrollen, wird einzeln nochmal aufgeschlüsselt. Auch die Ringkombinationen werden hier auch nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Da sehen wir jetzt den Ring zum Beispiel aus Hof der Sterne und natürlich den Ring von der Verbotenen Insel zum Beispiel, werden zu 23% gespielt. Oder halt natürlich ein Crafted Ring mit dem Ring von der Verbotenen Insel, werden hier zum Beispiel zu 19% gespielt. Nun gibt es natürlich immer noch eine weitere Möglichkeit. Ich werde euch dazu unten in der Videobeschreibung auch nochmal ein Video verlinken zum Thema Simmen. Denn wenn ihr jetzt natürlich nicht gerade die besten Items haben solltet, ihr habt jetzt keine Ahnung, ihr habt eine Puzzlebox als Beispiel, aber habt vielleicht keine Ahnung, habt vielleicht dieses Twinket und habt vielleicht dieses Twinket, aber es ist nicht das Maximum von GS, weil hier wird immer natürlich davon ausgegangen, ihr hättet jetzt die Puzzlebox 4,47 zum Beispiel als Beispiel und ihr hättet die Inka jetzt zum Beispiel auf 4,21. Kann natürlich sein, dass ihr, sag ich mal, die Puzzlebox als Beispiel für den nächsten Content auf Max ab, hättet jetzt aber die Inka zum Beispiel nur auf 4,8. Dann könnte es natürlich sein, dass die 4,8er Inka gar nicht mehr so gut ist, dass dann zum Beispiel das Item, sag ich jetzt mal einfach hier, dass diese Hufe hier jetzt als Beispiel, wenn ihr die auf 4,47 hättet, wieder viel besser wären als zum Beispiel die Inka. Daher würde ich natürlich immer auch nochmal spezifisch immer einmal durchsimmen für euren Charakter, damit ihr dort natürlich die bestmöglichsten Ergebnisse für euer aktuelles Setup einfach erzielt. Habt ihr natürlich im späteren Verlauf die Best Items an, vom besten Slot mit maximalem GS, dann kann man sich das ersparen, aber einem Sim würde ich hier natürlich positiverweise immer nochmal mit zu Rate ziehen, damit ihr dort einfach nochmal gucken könnt, okay, welches Item ist denn gerade für mich persönlich einfach am besten. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch so hiermit einen kleinen Einblick schon mal geben, damit ihr mal einen Blick drauf werfen könnt, welche Items solltet ihr denn nun für die neuen Content, der sozusagen jetzt am Mittwoch startet, nun farmen. Wo geht das Reise hin? Wenn euch dieses Informationsvideo hier gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal und den Algorithmus natürlich voran. Ansonsten auch ein Kommentar würde hier helfen, es muss gar nicht ein langer Wall of Tech sein, ein kleiner Daumen nach oben bringt hier ebenfalls positive Wirkung für den Algorithmus, dass dieses Video anderen Leuten empfohlen wird, damit sie auch hier schnellstmöglichst in den neuen Content natürlich rein starten können. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt diese natürlich jederzeit gerne unten in die Videobeschreibung. Ich werde mir dann so schnell wie möglich versuchen, eure Frage zu beantworten. Möchtet ihr mich gerne live erleben, könnt ihr dieses auch jederzeit gerne tun. Der Link zu meinem Twitch-Kanal befindet sich unten in der Videobeschreibung. Auch da würde ich mich über ein kostenloses Follower freuen und auch da dürft ihr mich jederzeit gerne mit Fragen mich durchlöchern, denn dafür ist ein Livestream da und natürlich nutzt dafür auch ansonsten gerne die Kommentarbox. Möchtet ihr rund aber um das Thema Wall of Warcraft, Tipps, Tricks, Guides, Informationsvideos immer auf dem Laufenden bleiben. So empfehle ich euch natürlich sehr gerne oben rechts jetzt auf kostenloser freier Basis ein Abo dazulassen, dann werdet ihr immer relativ schnell darüber informiert. Ansonsten viel, viel lieben Dank an alle, die wieder da waren für diesen wunderbaren, liebevollen Support von euch. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken. Möchtet Rendezemberg